schauen wir nun mal auf das edukative thema mit hebeln in den trends skalieren grundsätzlich gibt es an den märkten sehr sehr viele trends und hier ist es natürlich wichtig zu wissen die meisten handelssignale funktionieren in der verordnung von trends und deswegen ist es wichtig trends richtig und sauber zu lesen und was man auch machen kann ist gerade bei jungen trends oder aus korrekturen innerhalb von trends dass man sich mit den richtigen mitteln in so einen trend oder in die bewegung dieses trends auch hinein skalieren kann dieses skalieren kann man sehr schön auch als risikomittel nutzen dass man klein anfängt und wenn es gut läuft entsprechend hier den trade nach oben hin ausbaut wichtig hier zu wissen ist natürlich es gilt der risiko hinweis der handel mit devisen und cfds auf margen kann zu verlusten führen und ist daher nicht für jeden anleger geeignet ich bitte diesen risiko hinweis an dieser stelle auch zur kenntnis zu nehmen schauen wir auf die agenda die große frage die oben jetzt steht wo steht der trend was kann gehandelt werden und danach schauen wir uns das thema risiko money management mit dem thema hebel also leverage einmal an um genau zu wissen was das denn bedeutet weil sie wissen ja nur dann wenn man weiß wie seine werkzeuge richtig funktionieren kann man damit die entsprechenden guten ergebnisse auch heraus wirtschaften schauen wir hier uns mal das thema trends an beginnen wir mit dem trendverlauf tatsache ist und das erlebe ich immer 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 wieder das habe ich damals selbst auch nicht anders gemacht einfach weil mir die erfahrung gefehlt hat und jetzt in den dingen wo ich mit vielen tradern zu tun habe auch in ausbildungsbereichen merke ich dass die fehler in der analyse von einem trend häufig die basis dafür sind dass die handelsergebnisse nicht so ausschauen wie man sich das ganze wünscht das ist einfach so man macht dort ein fehler und positioniert sich ich sag mal im blödesten falle gegen den trend warum das licht bei jedem händler ein bisschen an anderen gründen aber das endergebnis ist hier das gleiche das heißt hier wir können wenn wir die trends richtig lesen eine massive erfolgssteigerung erwirken einfach dadurch dass sie ein ganz ganz klares bild haben wie es im trend ausschaut das ist auf dem papier immer sehr sehr leicht zu sagen was man hier hat ich zeige das gleich mal auf einfach damit man das mal auf dem papier auch da hat es ist simpel und wenn ich mit sowas hier um die ecke komme da sagen immer viele na komm mann das ist doch pillepalle ist ein aufwärtstrend hier das ist doch easy peasy das ist doch das doch kindergarten niveau hier und das thema hier easy peasy ist abwärtstrend das ist doch völlig klar ne so und dann kommt sowas hier und dann sagt man halt das ist ein aufwärtstrend wo ich sage naja klar das ist ein aufwärtstrend aber da kommt die frage ist denn der vortrend schon gebrochen ja klar wir haben wir hier ein aufwärtstrend ne ist er nicht hier oben muss er drüber das sind fakten die erlebe ich wirklich sehr sehr häufig dass da einfach in der lesweise der trends sozusagen den ton muss ich noch reinmachen okay danke andreas jetzt passt das ton ist wieder da geht wieder also hier an dieser stelle ist der markt sozusagen nach unten gelaufen und dann stück für stück nach oben gelaufen aber hat den trend noch nicht gebrochen das sind so wichtige faktoren so kleinigkeiten sozusagen wie der markt hier an dieser stelle reingehen kann in den entsprechenden trend das heißt wir haben hier den untertrend der läuft nach oben aber der übertrend ist noch nicht gebrochen und da kommt es halt jetzt wirklich darauf an zu lesen was man schwedet man kann ja diesen kleinen trend hier traden muss aber wissen dass der große hier oben noch intakt ist das heißt hier hat sich nur ein untertrend gebildet erst dann wenn wir hier drüber rausgehen dann läuft es nach oben dann ist dieses ding gebrochen das zeige ich ja auch regelmäßig in den morning briefings wie sowas funktionieren kann und da kommen halt fehler auf die entsprechend immer wieder zu suboptimalen erfolgen im trading führen kann da ist ein wahnsinnig hohes steigerungspotenzial da weil wir durch das klare bild in der trendbestimmung sehr gut sehen können wann es zum trendbruch kommt wann ein gegentrend entsteht oder dass man sagen kann okay wann kann ich denn hier an dieser stelle entsprechend mein trade machen bevor ein neuer trend überhaupt entstanden ist das sind wichtige fakten da muss man den trend auf alle fälle gut lesen können und dann auch das thema dass man sich einskaliert dass man halt beispielsweise sowas wie man hier unten hat wenn man das hier unten traden möchte und sie sagt gut ich habe jetzt hier erst einmal ein gegentrend und möglicherweise bricht er hier oben rüber und läuft dann so richtig mit schmackes nach oben weil potenzial ist ja dann genug da dass man dann die richtigen strategien fährt beziehungsweise weiß genau wann wie was zu machen ist dass man an solchen stellen vielleicht nicht immer gleich all in geht wenn man halt weit nach oben traden möchte sondern das ganze stück für stück auch einskaliert das sind dinge die kann man nutzen um hier die richtigen marken entsprechend bewegen zu können schauen wir uns das mal in einem chart an hier haben wir sehr sehr schön gesehen den s und p 500 ne den index haben wir ja hier schon oft auf der uhr gehabt und ich habe diesen chart mal raus gesucht weil er halt uns zeigt er ist doch relativ einfach zu lesen ja jetzt an dieser stelle ist das easy peasy die frage ist halt wie verhält man sich denn hier unten ne hier gab es ja diesen massiven schub nach unten und dann tendierte der markt plötzlich wieder nach oben sowas zu lesen das man einfach sieht und weiß dass man hier bei dem chart ein bei diesem schub nach unten weit dabei war und sich dann hier untergeordnet der erste schub nach oben gebildet hat der das negiert hat dann runtergelaufen ist wieder ein abwärtstrend gemacht hat da überlegen viele händler was soll ich denn nun machen hier abwärts hier aufwärts hier schon wieder abwärts da kommt komplett die verwirrung häufig rein und da ist es halt wichtig zu wissen wie das ganze bild hier ineinander fließt und wo das ganze auch raus zu hören ist oder beziehungsweise zu lesen ist und das ist so die grundstimmung die immer wieder vorherrscht und da brauchen wir in der lesweise halt wirklich die sicherheit und die sicherheit brauchen wir um das ganze entsprechend auch zu bestimmen dass man einfach sagt okay das was wir hier unten raus sehen war sozusagen nur eine korrektur das ist ja jetzt hier an dieser stelle leichter zu sehen aber man kann einfach hier unten sagen gut dann skaliere ich mich halt von unten nach oben rein weil dieser abwärts schub hier der war ja erst einmal weg das haben wir hier gesehen das hier war die erste bewegung nach oben dann ging es hier runter mit einem kleinen abwärtstrend und hier hat es den markt wieder hoch geschoben also das sind verschiedene longsignale auch die hier ineinander fließen und das gilt es an dieser stelle richtig und ordentlich zu lesen und wer das dann kann und das ist ja das was das ganze so kompliziert macht der kann an dieser stelle dann sowas natürlich immer auch nutzen um das ganze stück für stück nach oben mit zu bewegen und vor allen dingen auch mal früh in so einen markt rein zu gehen und dann entsprechend auch puffer zu haben dass man sowas langes auch mit durchstehen kann beziehungsweise die korrekturen auch immer wieder nutzt beispielsweise um sich ein zu skalieren in einen trade oder hier oben sagen wir gehen jetzt mal mit einem teil raus und hier unten gehen wir wieder mit einem teil rein habe ich auch schon eine strategie vorgestellt wie man das ganze hier mit klassischen trendlinien macht wie man sich da verhält das ist wichtig und dann dann kommt es halt bei so einem trend irgendwann dazu er wird alt er zeigt uns schwäche und das was wir an schwäche sehen das ist etwas wie wir es hier oben haben an dieser stelle da sehen wir hier ein hoch wir sehen hier normal korrektur wir sehen ja ein tieferes hoch und wir sehen hier den trendbruch dieser trend ist noch völlig intakt jetzt gibt es hier aber ein gegentrend und da ist es halt auch wichtig was wir an diesen stellen miteinander machen können im chart das heißt dass man einfach sagt ist das jetzt hier noch eine normale korrektur oder ist das eher schon ein schwächeter zeichen und das sind halt dinge die müssen wir entsprechend miteinander im chart lesen und solche sachen auch dazu benutzen beispielsweise bestehende trades zu skalieren also beispielsweise zu schauen muss ich denn hier raus gehen oder nicht weil dieser trend wird ja erst gebrochen wenn wir hier runter laufen nur hier oben gab es jetzt erst einmal ein abwärts zeichen und wenn man dann mal das trend alter auch anschaut dann sind das halt immer auch zeichen die man sehen kann die sich nicht unbedingt nach unten hin auflösen müssen aber dann die wahrscheinlichkeit bei einem alten trend doch deutlich höher ist als bei einem jungen trend wenn man sowas sieht und das ist das was wir aus den trends heraus immer wieder schön auch lesen können und das ganze natürlich hier stück für stück für unsere eigenen trades mit nutzen kann und hier oben ist es halt so wenn so ein markt hier oben nach so langer zeit einfach auch schwach wird dann sind halt zeichen da dass der markt entsprechend raus geht und wir hier sozusagen stück für stück nach unten laufen können wir sehen ja was im s&p 500 hier beispielsweise da raus geworden ist und wir das ganze hier wieder sehen wo der markt heute steht wir stehen ja viel viel weiter unten und das sind anzeichen die gab es hier oben dann schon das ist das was ich meine klassisch lesweise von trends was sieht auf dem blatt papier immer sehr sehr einfach aus total sauber in der natur wenn die charts dann wirklich ticken wird es halt ein bisschen komplizierter und das braucht übung das braucht erfahrung im basis das fachwissen aber dann braucht man die praxis und deswegen habe ich gesagt es ist hier sehr sehr wichtig die lesweise eines trends gut auf ein sehr sehr stabiles starkes niveau zu stellen und wenn wir das dann haben dann können wir sagen jetzt geht es in den handel rein wie können wir denn handeln und beim handeln wenn wir unsere handelssignale aus so einer trendverordnung heraus auch sehen dass wir einfach wissen okay wo stehen wir momentan im trend was wird uns hier gezeigt dass wir dann mit unseren trades arbeiten können wenn wir dann zum klassischen trading kommen dann kommen wir zu einem sehr sehr wichtigen punkt und zwar der wichtige punkt hier ist sozusagen der markt mit dem risiko und money management und das ganze sogar noch in hebeln genutzt wir können ja hier bei ticken wir wirklich sehr sehr schön mit hebeln traden das heißt es macht sinn wenn man das wirklich gut kann und da sage ich halt man muss es können weil wir wissen ja heutzutage dass 81% der privatanleger auf gehebelten konten geld verlieren da muss man sich mal überlegen 81% verlieren geld das sind ja schlaue leute die dort traden die sind in ihrem beruf oft richtig richtig gut nur an der börse sind sie plötzlich nicht mehr so gut woran liegt das das liegt halt häufig daran dass am anfang die ausbildung noch nicht so richtig passt aber wenn man das dann kann beziehungsweise auch übt mit kleinen schritten das ist ja das schöne dass man hier bei ticken wir auch mit kleinen positionen die sachen auch üben kann und immer echt dass die emotionen auch immer dabei sind dann kann kann man sowas natürlich sehr sehr stark zum vorteil nutzen das heißt wenn wir uns das ganze hier mal anschauen das thema risiko management und die arbeit mit hebeln da sind die grundüberlegung dass man einfach sagt wie gehe ich denn jetzt hier ran wie arbeite ich dann auch hier bei ticken mit meinen eigenen positionen da ist der erste punkt wir müssen natürlich überlegen wie ist denn der investitionsgrad im gesamtvermögen das heißt wie viel geld meines privaten vermögens was ich definitiv nicht zur deckung von irgendwelchen ausgaben brauche darf ich denn oder möchte ich denn für das trading benutzen danach kommt der wichtige punkt persönlicher umgang mit verlusten wie trägt dann das an dieser stelle jeder das heißt hier an dieser stelle wichtig das muss man für sich selbst bestimmen der umgang mit dem verlust und dann bestimmen wir entsprechend auch immer noch das maximale initiale risiko pro trade weil das das einzigste ist was wir im trading in etwa hier miteinander ja kontrollieren können wo der trade mal hinläuft das weiß ja keiner aber wir können sagen an welcher stelle wir aus dem trade rausgehen wollen weil die handelsidee nicht aufgegangen ist hier schauen wir mal was das risikomanagement denn machen soll das risikomanagement ist einzig und allein dazu da die verluste zu minimieren also uns quasi immer schön liquide halten damit wir weiter entsprechend traden können das heißt hier an dieser stelle mal einen kleinen überblick einfach über die verluste in prozenten und was wir dazu brauchen wenn der verlust relativ klein geblieben ist also zehn prozent minus dann müssen wir nur elf prozent gewinn machen um das ganze auszugleichen wird 20 prozent dann brauchen wir schon 25 prozent gewinn um hier wieder auf ein plus minus null zu kommen wenn wir mal 50 prozent im minus stehen und das geht bei einem hebel wenn man ungünstig damit arbeitet sehr sehr schnell das werden wir dann auch sehen bei 50 prozent verlust muss ich das geld was da ist erst einmal verdoppeln nur dass wir wieder auf plus minus null kommt das sind halt hausnummern die muss man erstmal schaffen auf den auf den weg zu bringen weil wie oft passiert es denn dass man eine position verdoppelt und wie oft passiert es dass man mal zehn prozent macht wenn ich das bei mir sehe verdoppelt kommen wesentlich seltener vor als hier ein zehn prozent trade und ein zehn prozent trade ist auch schon eine feine geschichte also das sind einfach sachen die muss man einfach im hinterkopf haben dass man diese zahlen mal weiß und auch weiß was hier wie an welcher stelle passiert schauen wir weiter das thema risikobestimmung wir können die risikobestimmung im portfolio über verschiedene marker machen wir können zum beispiel sagen wir legen fest dass man das risiko ein halbes bis ein prozent vom trading kapital beziehungsweise entsprechend auf die positionsgröße setzt das heißt dass man am anfang ein trading kapital risiko bestimmt und dann natürlich pro position auch noch ein risiko festlegt das kann man prozentual machen man kann auch damit arbeiten feste monetäre beträge zu benutzen ja das ganze oder man berechnet die risiko abteilung mittels chance risiko verhältnis egal wie sie es machen bitte tun sie es risiko begrenzung ist extrem wichtig und dieser betrag der dort steht der sollte sie ruhig bleiben lassen das heißt weiß dass wenn mal etwas gegen einläuft dann kommen irgendwann die emotionen ins spiel und das risiko darf uns nicht in emotionale schieflage bringen das heißt wenn hier etwas emotional berührt dann ist das risiko zu groß dann haben wir die falsche marke gesetzt das heißt hier all das was wir hier stehen sein muss dazu führen dass die risiken das risiko im portfolio begrenzen aber unsere emotionen komplett außen vor lassen gucken wir uns das ganze mal praktisch an wie das ganze funktioniert hier anhand eines beispiels ein cfd konto mit einem wert von 5000 euro auf den dax 30 bitte hier auch immer beachten regeln sie das auf ihre eigene monetäre basis ja das heißt wenn sie mit 10.000 euro handeln oder nur mit 1000 euro es spielt keine rolle das was ich hier zeige ist auf jede kontogröße skalierbar ja das ist wichtig dass es die nachricht die hier mitgeben können wir schauen einfach mal aktuell haben wir ja auch laut es mal vorgaben eine ganz klare vorgabe der hebel beispielsweise auf den dax der leverage maximal 1 zu 20 das heißt wenn man das mal umrechnet wäre das eine margin von fünf prozent wenn wir hier in unserem beispiel mal von einem dax stand von 11.000 punkten ausgehen bedeutet dass ein punkt im dax ist ein euro das heißt wir bewegen mit einem kontrakt im vollen kontrakt hier einen wert von 11.000 euro das heißt das ist das was wir bewegen aber durch die marge durch den hebel ist unser kapitaleinsatz auf fünf prozent beschränkt das heißt hier handeln wir oder geht von unserem konto eine sicherheitsleistung in höhe von 550 euro ab und damit bewegen wir entsprechend einen vollen dax konzert das heißt wenn wir das mal auf dieses 5000 euro konto hochrechnen könnten wir unter einsatz der margin neuen cfds auf den dax handeln bei einem wert von 11.000 punkten sozusagen das entspricht einem handelswert von 99.000 euro also sie bewegen hier dann nicht 5000 euro sondern sie schieben am markt 99.000 euro das ist ja der fakt auf den es ankommt dass sie immer im bewusstsein halten wie viel geld wird am markt denn wirklich in echt bewegt und dann kann das mit der skalierbarkeit auch sehr sehr schön klappen das heißt hier ist das mal der wert der bewegt wird und dann kommt zur risikoabsicherung und da haben wir ja diese beiden dinge wie ich es vorhin gesagt habe entweder wir sichern uns mit der ein prozent regel aus kapital ab oder auf dem basiswert schauen wir mal was das ganze bedeuten würde wenn wir uns die ein prozent regel auf hier unser konto von 5000 euro anwenden das heißt ein prozent risiko bedeutet 50 euro pro position und wenn wir das mal auf den dax umrechnen auf den vollen kontakt würde das bedeuten 50 punkte im dax wenn wir einen vollen cfd auch kaufen schauen wir uns das ganze mal aus an wenn wir hier in die ein prozent regel am index gehen da ist es so wichtig ein index punkt ist ein euro wenn der cfd wert also der dax bei 11.000 punkte stehen würde ein prozent absicherung bedeuten der dax würde auf 10.890 punkte fallen der cfd wert reduziert sich in dem moment um 110 euro wir wollten aber ursprünglich nur 50 riskieren das heißt wenn wir die risikoabsicherung am falschen punkt machen nämlich am instrument selbst dann haben wir ein viel viel zu hohes risiko und das ist hier wichtig dieses bewusstsein wie wirkt sich denn die margen auf die risikobestimmung aus wenn sie das richtig machen können wir damit sehr sehr schön und entspannt arbeiten und das ganze können wir auch zur skalierung benutzen das heißt wir können ja hier ohne weiteres im dax wenn wir uns das mal anschauen wir müssen ja nicht immer volle kontrakte kaufen wir können ja auch sagen okay wir kaufen hier 0,01 kontrakt dann handeln wir viel viel weniger geld bei 0,01 kontrakt hier einfach mal das komma zwei stellen zurücksetzen da handeln wir keine 10.000 euro sondern dann handeln wir mit 105 euro das ist ja das was man nutzen kann ja oder wenn man das ganze am us markt machen möchte wir haben ja am us markt genauso die möglichkeiten sowas zu traden da haben wir ja den 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 dow jones der hat hier eine wertigkeit momentan von knapp 23.000 der us 500 also der smp 500 der hat eine punkte wertigkeit von 2400 also knapp 2500 da kann man spielen das kann dann sehr schön dazu genutzt werden auch unter diesen aktuell reduzierten hebel einsetzen nach esma das ganze wunderbar fürs trading zu nutzen das geht sehr sehr schön das ist sehr effektiv auch mit ins trading einbeziehbar das heißt wir gucken uns das ganze mal an wie das hier passiert die portfolio aus werbung schauen wir mal was das bedeutet wenn man sich sagt ja ich habe ja hier 5000 euro mit denen kann ich ja voll handeln es sind ja nur 5000 euro die ich da bewege weit gefehlt wenn man das ganze nämlich so macht dass man die vollen dax kontrakte tradet das heißt wir machen eine long position mit neun dax cfds long entspricht das dass wir knapp 5000 euro also 99 prozent der kontosumme sozusagen zum traden nutzen und damit bewegen wir ein handelsvolumen von 99.000 euro und wenn jetzt der dax zum einen prozent sinkt und die risikoabsicherung ist auf den dax abgestellt dann bedeutet das ein cfd reduziert sich um 110 euro wir haben neun davon heißt also wir haben 990 euro verlust und da sind wir weit von dieser ein prozent weg die wir eigentlich haben wollten von den 50 euro heißt wir haben einen verlust von knapp 20 prozent der kontotrade größe mit diesem einen trade das ist hier extrem wichtig jetzt ist hier oben noch ein roter stern dran heißt es gibt natürlich noch sicherungsmaßnahmen das heißt sie könnten oder sie müssen einfach wissen wenn sie das machen es gibt einen sogenannten margin call und dieser margin call wird dann kommen wenn sozusagen 50 prozent der margin leistung aufgebraucht sind dann kommt der margin call das ist wichtig das muss man entsprechend auch immer wissen fazit hier zum thema risiko und money management und die nutzung von hebeln ist der dass wir hier entsprechend margin ist ein vorteil wenn man weiß wie es geht weil da können wir mit wenig geld ein kleines konto groß traden wenn wir den dax beispielsweise handeln wollen dann können wir das mit einem handelskapital ab 500 euro problemlos umsetzen dann halt mit den kleineren kontrakten übrigens andreas du fragst gerade der s&p 500 ist nur in ganzen kontrakten handelbar ja das ist richtig das ist absolut korrekt der ist nur in ganzen kontrakten handelbar aber überleg einfach mal wenn du jetzt den dax im kontrakt komplett handelst oder den s&p den 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 dao dann hast du hier dann bewegst du sozusagen eine punktewertigkeit von knapp 23.000 punkten wenn du den den s&p 500 schwedet ist dann bewegst du eine punktewertigkeit von 2400 punkten das sind ganz andere konto größen beziehungsweise geld größen die du im hintergrund bewegst und das ist immer wichtig im bewusstsein zu haben das heißt nicht zu schauen das ist ja doof ich kann jetzt hier sozusagen nur entsprechend kann ganze kontrakte handeln klar man kann da nur einen kontrakt handeln aber wenn ich diesen kontrakt hier bewege im s&p 500 dann bewege ich hier einen kontrakt der einen wert von 2478 punkten momentan hat bewege ich das ganze im dow jones dann habe ich einen kontrakt der eine punktewertigkeit von knapp 23.000 punkten hat allen das ist schon ein gigantischer unterschied ja und im dax ist es so da können wir das ganze runterpacken das ist ganz richtig deswegen sage ich das hier an dieser stelle noch mal beim dax ist es so wer immer volle kontrakte handeln möchte der kann entscheiden zwischen dax und euro stocks 50 die laufen ja relativ parallel wer den dax an sich schreden möchte der hat halt hier den schönen vorteil dass wir das ganze schön nach unten skalieren können das hatte ich an dieser stelle entsprechend auch gezeigt das heißt hier unter handeln der margen können wir sehr sehr schön mit kleinem kapital das ganze auch handeln und das ganze erlaubt dann einen erfolgreichen portfolio ausbau durch die clevere arbeit mit dem hebel das heißt hier an dieser stelle möchte ich auch noch mal ganz klar und deutlich herausstellen wer weiß wie es geht wer nicht zu diesen 81 prozent gehören möchte der braucht keinen 500er hebel um geld zu verdienen wer nicht weiß wie es geht ja wer nicht weiß wie es geht der wird egal mit welcher hebel größe verlieren punkt aber die die wissen wie es geht die können sich doch entspannt darauf die kleineren hebel zurücksetzen das ist ja auch ein kapitalschutz den man da hat das kann man nutzen und dann kann man wirklich sehr sehr schön geld zu verdienen das heißt das geringere risiko bei 20 zu 1 unterstützt uns dann auch noch in der risikokontrolle nämlich wenn es mal gegen uns geht dann ist der drawdown deutlich geringer und der kapitalerhalt steht einer viel 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 größeren stelle damit ganz ganz herzlichen dank für die zeit hier im webinar mit dem thema trends und den handel des leverages und allen hier an dieser stelle natürlich wie immer gute trades und schauen sie in unsere täglichen videos auch rein die wir hier morgen um 8.30 Uhr immer im facebook auf tegmail auch veranstalten beziehungsweise dann am späteren zeitpunkt im vormittag das ganze natürlich immer wieder im nachgang anzuschauen